Michi Bauer, 31, kann das Theater nicht nachvollziehen Erik Sindemann, 34, und seine Freundin Katharina Hamburchen sind zur Zeit bei der Sommerhaus der Stars zu sehen Im Haus zoffen sich die beiden heftig, nur um sich kurz darauf wieder turtelnd in den Armen zu liegen Das kommt nicht nur ihren TV-Mitbewohnern komisch vor Promiflash verriet Michi, dass er von dem Verhalten der beiden gar nichts hält Für mich eine absolute Katastrophe, was die machen, schilderte Michi im Gespräch mit Promiflash rund um den zweiten Geburtstag von Nelly Pistebrandt seine Sicht der Dinge Erik erwecke für ihn den Eindruck, um jeden Preis Aufmerksamkeit erregen zu wollen Ich weiß nicht, ob das ADHS ist, für mich ist das absolut fehl am Platz Das gehört da nicht hin Auch das Ausplaudern privater Dinge im TV sei ihm ein Daun im Auge Da gibt es absolut Grenzen Für mich wäre so eine Grenze, dass man über seinen Partner nicht vor anderen Leuten herzieht, erklärte Michi weiter So ein Verhalten schade der Beziehung enorm, zumal in einer TV-Show Im Endeffekt gehört das da nicht hin, schade, dass so viele das machen Das ist ein Verhalten der Beziehung Vielen Dank.